Meine Fresse nochmal, ja, 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 ich weiß, ich bin mir da auch untreu geworden. Ich wollte ja eigentlich nur noch Satirefilme machen, aber das ging jetzt irgendwie auf die letzten Tage, Wochen, dann auch nicht mehr. Da muss man ja dann auch so eingestimmt sein irgendwo, um es dann wieder eben mit dem sinnsischer Dialekt belegen zu können. Teilweise jedenfalls. Da musste, ja, ehrlich, emotional, psychisch komplett bei der Stange sein, sonst klappt das nicht. Ja, genau, sonst klappt das nicht. Und mir war es eben nach Satire die letzten Wochen jetzt nicht so. Und bei dem Video jetzt ging es eigentlich auch erstmal natürlich mit der Bibelgeschichte nochmal weiter. Im zweiten Beitrag, glaube ich, war es auch noch nicht satirisch oder auf der Satirelinie. Und dann bin ich umgeswitcht. Ich denke auch, gut, wie der Eigenlob stimmt, ja, ich denke auch, das war absolut in Ordnung. Da kann man mit Kondom gehen, anzuschauen bei VK, Bitchute, Odyssee oder Rambl und dann vielleicht bis gleich. Ja, und kommentieren und so weiter, je nachdem.